Und immer möglich rechts rumfahren. Ist aber noch nicht voll, oder? Ist voll. Das hat mein Akku mehr Druck gehabt, aber das ist ja für die mal ausreichend im Moment. Ah ja. Da haben wir gar nicht geguckt, ob die ganz voll war heute, oder? Ja, guck. Voll geladen. Ja, hast aber danach mit dem Checker angeguckt. Ja. Guck mal, wie schön frei das ist. Du kannst ruhig die Mitte durch die Welle fahren. Macht zum meisten Spaß. Haha. Vielleicht kommen wir jetzt auch ein bisschen langsam vor, weil der Christgeist so schnell war. Aber die laufen viel besser wie vorher, gell? Ah ja. Kein Vergleich. Ja, das läuft ja lang mit dem Akku, oder? Hm? Dass der Akku langsam kommt. Nein, nein, nein. Wir fahren immer durch die Welle, da läuft sie am besten, wenn sie richtig Luft unterm Rumpf hat. Ja. Wirst du die Kuh denken, gell? Wunderbar. Du kannst links rum schon auffahren, da hat sie aber einen riesen Wendekreis. Ja, aber es reicht schon mal ein bisschen auszuholen. Ja, ja. So, wie jetzt guck. Genau. Ist doch gut jetzt. Also, das denke ich, das schneide genug. Ja, ja. Jetzt hat sie aber langsam. Minimal. Dürft noch nicht. Nicht unbedingt langsam fahren. Drei Minuten. Ich meine, eine bei vier Minuten gefahren. Machen wir bei dreieinhalb Schluss. Muss ja nicht übertreiben gleich, weißt? Ah, ich finde das ist jetzt gut. Liegt nicht mehr auf der Seite, weißt? Ja. Ja. Fährt geradeaus. Du kommst gut streicht damit. Du kannst ja mal richtig rumdrehen, dann. Kommt richtig schön. Ja, das gott schon. Genau. Ja. Das ist gut zum üben, weißt. Oh, jetzt machen wir dann. Vollrunde noch. Und dann. Ja. 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 Jetzt wird er langsam. Ja. Ich mach ihn. Ja. Mach ihn. Da ... Ja. Hü. Ja. Vielen Dank.